Königswolle, ich darf unsere Amtierende Majestät bitten, den Ehrenschuss für den Bundespräsidenten zu rufen, anschließend... Das ist richtig, das ist richtig. Bundespräsident König für Appel erschießen. Anschließend schießt er eben wieder hier in Peter. Ich will jetzt noch hören, den Namen hast du jetzt. Schießt alles ab. Bitte noch die Schrauben, ist alles weg. Ich will jetzt noch die Schrauben.